FutureMaker ist jemand, der eine Unterschiede macht. Er versucht, ein Rollmodel für andere, ein Open Doors für andere. Das ist eine große Verantwortung. Ich hatte meinen ersten Wall Clipper, als 14 Jahre alt. Und jetzt, 20 Jahre später, bin ich Teil dieser FutureMaker-Team. Worte kann ich nicht erklären. Das ist verrückt für mich. Also ich kann jedem nur empfehlen, wirklich keine Angst zu haben, auch zu fallen. Man sagt, fall siebenmal, aber steh achtmal auf. Everyone is different. Everyone has different priorities. Aber für mich, never stop learning.